Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Destiny 2 Video. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr die Herausforderungen Fremde der Zeit abschließen könnt. Wir befinden uns im vierten, dem Torwächter-Encounter. Der Encounter funktioniert wie folgt. Es gibt zwei Portale, eins links, das führt zu Mars, und eins rechts, das führt zu Venus. Vor den Portalen sind Platten, die ihr einnehmen müsst, damit ihr die Portale öffnen könnt. Diese Portale werden von Überladungs-Champions beschützt. In der Mitte der Arena spawnt, wenn ihr den Torwächter, die Hydra, getötet habt, ein Relikt. Dies ist die einzige Art und Weise, wie ihr das Schild von den Minotauren in Venus oder in Mars zerstören könnt. Auf Mars und auf Venus, in den Portalen, gibt es jeweils ein Konflux, das ihr verteidigen müsst. Es spawnen Vaivarn, Minotauren und kleinere Ads, die sich opfern wollen. Wir spielen den Encounter also wie folgt. Zwei Spieler, einer rechts, einer links, stehen auf den Platten und verteidigen diese vor den Champions und vor Goblins. Die restlichen vier machen Staffellauf mit dem Relikt. Das müssen sie tun, weil wenn man mit dem Relikt durch ein Portal geht, man für 45 Sekunden nicht nochmal durch ein Portal gehen kann. Das heißt, einer nimmt das Relikt auf eine Seite, tötet dann den Minotauren, gibt dann das Relikt ab und der andere geht wieder raus. Draußen gibt er das Relikt dann wieder an einen weiter, der dann in das andere Portal geht. Das Ganze wiederholen wir so lange, bis keine Gegner mehr spawnen. Dann gehen wir in die Mitte, wo wir dann noch ein neues Konflux verteidigen müssen. Dort müssen wir dann drei weitere Minotauren und drei Vaivarns töten. Dann sind wir fertig. Nun zur Herausforderung. Die Herausforderung verlangt von euch, dass ihr die Vaivarn auf einer Seite und den Minotaurer auf der anderen Seite gleichzeitig tötet. Das heißt, ihr müsst euch da gut absprechen. Was ist also das beste Loadout für die Challenge? Ihr braucht zum einen etwas, womit ihr die Vaivarn töten könnt. Und zum anderen ist es sehr praktisch, wenn ihr etwas habt, mit dem ihr den Mino verlangsamen könnt. Hierfür solltet ihr entweder einen Stasis-Fokus spielen oder ihr spielt den Granatenwerfer Griff der Erlösung, der auch Gegner einfrieren kann. Oder, was ich am liebsten verwende, ist einen Granatenwerfer, am besten einen Spezialgranatenwerfer mit Blendgranaten. Sonst ist die Herausforderung eigentlich sehr einfach. Ihr müsst nur gute Team-Coms, also gut miteinander reden, runterzählen, 3, 2, 1 töten und so weiter haben. Dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Wenn in der Dimension keine Gegner mehr spawnen, seid ihr fertig mit der Challenge. Ihr müsst also im Bossraum nicht mehr die Gegner gleichzeitig töten. Das war es dann auch von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!